Heute geht es um die Webtrends 2020. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal das traditionsgemäße erste Video des Jahres, nämlich die Trends 2020. Was heißt, was werden wir uns heute angucken? Einmal, was sich so im Frontend tut, welche Frameworks neu sind, welche man beobachten sollte, welche Entwicklungen man mitgehen sollte und auch was im Designtechnischen so kommt. Also welche Entwicklungen im Design kommen, was muss man am Kopf haben? Das werden wir heute besprechen, aber als erstes eine Bitte an euch. Schreibt doch in die Videokommentare, falls ihr selbst noch Trends habt, die in diesem Video fehlen, sodass sie die anderen auch sehen. Ich werde die Sammlung später auf Discord veröffentlichen, was heißt, wenn ihr selbst Fragen habt, schaut einfach mal auf Discord vorbei, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Aber ja, jetzt legen wir erstmal los und gucken uns die Trends an. Viel Spaß und auf geht's! So, der erste Trend ist so ein bisschen technischer Trend und zwar Socket. Socket ist jetzt nicht direkt neu, wir haben damit in der Vergangenheit schon öfter mal Videos gemacht und der ein oder andere hat damit auch schon was zu tun gehabt. Mir geht es mehr oder weniger um ein Beispiel, für das Socket steht, und zwar Device-Synchronisation. Grundsätzlich leben wir in einer Welt, wo es ganz viele verschiedene Geräte hat. Jeder von euch hat wahrscheinlich mehrere Geräte, wo ihr dieselben Anwendungen installiert habt. Ihr habt vielleicht WhatsApp auf dem Handy, ihr habt WhatsApp auf der Smartwatch und ihr habt WhatsApp auf eurem Desktop-Client. Was heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Anwendung in Echtzeit miteinander kommuniziert. Das heißt, wenn ich auf meinem Handy anfange, etwas zu tippen, es aber nicht abschicke, dann soll diese Nachricht in dem Entwurf-Stadium auch in der WhatsApp-Web-Client auf meinem Desktop zu finden sein. Oder ich fange an, in meinem E-Mail-Programm eine E-Mail zu schreiben und ich möchte an meinem Laptop weiterschreiben. Oder andersrum, ich muss weg und will am Handy weiterschreiben. Diese Kommunikation und Synchronisation zwischen Geräten über die Cloud, über das Internet, wird immer mehr und zocke da ja auch den Weg, das in Echtzeit zu gewährleisten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es wird hier in naher Zukunft auch noch mehr Videos zu geben. Aber auch so etwas wie offene API-Schnittstellen zu anderen Programmen mit beispielsweise Nest oder so etwas, ist eine Möglichkeit, einfach eine Kommunikation zwischen verschiedenen Programmen, eine Synchronisation zwischen verschiedenen Programmen zu gewährleisten, um einfach dem User die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seinem Standort, von seiner Nutzung, von seinem Gerät, das Programm zu nutzen und seine Einstellungen, seine Aufgabe zu erfüllen. Das Ganze ist ein Riesentrend, der auch, denke ich, nicht in 2020 enden wird, sondern immer weiter geht. Vor allem mit dem Internet-of-Things-Gedanken im Hintergrund wird es wahrscheinlich noch viel größer. Und deswegen sollte man mit dieser ganzen Echtzeitkommunikation so früh möglich an der Planung eines Tools, einer Website, einer Applikation, einer App und so weiter anfangen, um einfach diesen Trend direkt von Anfang an zu nutzen und einfach diesen Mehrwert an den Nutzer weiterzugeben. So, als erstes geht es hier mit einem Trend los, der schon einige Zeit da ist und zwar großer Typografie bzw. Typografie, die einfach die gesamte Gestaltung dominiert, die das Hauptmerkmal ist, wie auf dieser Seite beispielsweise, finde ich persönlich eine ziemlich coole Seite. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Man kann hier so cool durch die Gegend swipen und durch die Projekte durchklicken. Ich persönlich finde auch das Feature hier ziemlich cool, dass ich hier hoch und runter scrollen kann und ein bisschen was sehe. Aber grundsätzlich sehen wir hier die große Typografie. Persönlich bin ich ein riesen Fan davon. Ich nutze es selbst in verschiedenen Projekten und finde auch, dass es einfach ein cooler Trend ist, den man gerne mitnehmen kann. Allerdings gibt es auch Probleme. Was heißt, ich habe hier einfach begrenzt Platz. Was heißt, große Typografie ist einmal sehr dominant. Was heißt, das restliche Design muss sich unterordnen, muss es unterstützen. Ihr braucht viel Weißraum, damit dieser Design-Trend wirkt. Seht ihr auch hier, ich habe hier relativ wenig Elemente und der Text ist quasi das Hauptelement der Seite. Und so muss man das auch angehen. Was heißt, man muss einfach sehen, okay, ich habe hier Text und alles andere ordnet sich dem unter. Und ich muss auch im Klaren sein, ich kann nicht viel Text darstellen. So ein Design funktioniert nur, wenn ich ganz genau weiß, was schreibe ich, wie schreibe ich es, wann es ein Zeilenumbruch. Und darauf muss ich volle Kontrolle haben. Das kann ich nicht einfach automatisieren und sagen, jede Überschrift wird jetzt einfach mega riesig dargestellt. Das sieht nicht gut aus und das ist auch nicht Sinn dieses Trendes, sondern ich muss kontrollieren, was stelle ich da, wie stelle ich es da. Und dann denke ich, funktioniert das sehr gut. Ihr könnt hier mal unten in die Videokommentare schreiben, wenn ihr mal ein Video dazu sehen wollt, wie man mit Text wirklich gut gestaltet, vor allem im Web, vor allem im Responsive Umfeld. So, der nächste Trend, den wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen haben und selbst riesen Fans davon sind, ist der Dark Mode. Er ist jetzt seit letztem Jahr auf iOS. Man kann in Windows 10 sich selbst sein Dark Mode auf alle Fenster legen. Was heißt, Nutzer erwarten mittlerweile, dass das an allen Apps, in allen Plattformen unterstützt wird, wenn sie Dark Mode haben, dass sich alles anpasst. Wir haben dazu im Web ziemlich coole Mittel, die gucken wir uns nächste Woche an. Dazu gibt es also direkt nächste Woche hier mal ein kleiner Spoiler, ein Video. Aber was ist das? Prinzipiell, ihr seht hier, alles ist dunkel. Wenn ich den Dark Mode auf YouTube aktiviere, beziehungsweise deaktiviere, kann ich es einfach hin und her switchen. Das Ganze ist ziemlich cool, aus vieler Verlierer Hinsicht einfach praktisch. User hat Customizable, was heißt, er kann sich alles selbst zusammenstellen, so wie er es gerne hätte. Gleichzeitig muss man sagen, es ist einfach sehr praktisch und ich bin ein Riesenfan von dunklen Layouts. Was heißt, ich persönlich finde es einfach ansprechender, also große weiße Flächen permanent zu haben, die mich nachts einfach blenden. Was heißt, ich bin ein Riesenfan von diesem Trend. Ich werde es in jedem Projekt versuchen zu integrieren, Dark Mode hinunterlegen. Und wie gesagt, wir gucken uns nächste Woche an, wie wir das Ganze technisch sehr leicht umsetzen können und warum das Ganze auch noch viel leichter ist umzusetzen, als der ein oder andere von euch wahrscheinlich vermutet. So diesen Trend, denke ich, ist mittlerweile kein wirklicher Trend mehr, sondern ein Gesetz, was man einfach nur noch befolgen muss, weil es so viele Probleme lösen kann und auch keine Modeerscheinung, wie es viele am Anfang vermutet haben. Und es ist einfach AI-Technologie bzw. ML-Technologie und so etwas, vor allem im Web, in unserem Umfeld, so etwas wie TensorFlow, was von Google ja mehr oder weniger bereitgestellt wird. Es ist einfach ein riesiges Framework, es ist ziemlich einfach zu nutzen. Also selbst jemand von euch, der vielleicht noch keine großen Erfahrungen damit hat, kann hier einfach sich das ganze Ding mal installieren, kann damit ein bisschen rumspielen. Ich selbst bin da ein blutiger Amateur drin, deswegen wird es auch keine Tutorials auf diesem Channel dazu geben. Ich habe es mir selbst einfach mal ein bisschen angeguckt, finde es sehr interessant, habe da mal ein Tutorial-Reihe mit, ja selbst durchgemacht mehr oder weniger, kann es nur empfehlen. Aber auch solche Punkte wie beispielsweise die Web-Speech-API, also Voice-Kontrolle wird in Zukunft noch mehr ein Trend. Wir haben mit dieser Web-Speech-API schon ein sehr mächtiges Tool, um beispielsweise Voice-Kontrolle in Websites, in statischen Anwendungen wie Electron und sowas zu nutzen. Es ist aktuell, wie ihr seht, noch ein bisschen experimentell, aber man kann es sehr gut nutzen und es wird in Zukunft vollkommen. Vor allem im Interface-Design ist Speech ein Punkt, der einfach nicht mehr abzulegen ist. Es ist einfach grundsätzlich, sich damit auseinanderzusetzen und dabei auch solche Punkte wie Augmented Reality. Ich habe hier mal zwei Google-Artikel, die werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Wer sich damit beschäftigen will, wie man Augmented Reality im Web nutzt, steht in diesen Artikeln, sehr gut erklärt. Einfach mal durchlesen, ist sehr interessant, nicht ganz trivial, man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Und für jeden, der einfach mal Spaß haben will, geht mal auf das Video, dieses Video auf eurem Handy und öffnet diese Seite unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr mal sehen, wie mächtig eigentlich AR im Web schon ist, weil diese Seite ist eine ziemlich coole Demo-Anwendung. Kann ich nur empfehlen, ist sehr witzig, kann ich jetzt hier leider auf meinem Screencast nicht zeigen. Das habe ich leider nicht zum Laufen gekriegt. So wie auch letztes Jahr kann man keinen Bogen um die großen drei JavaScript-Frameworks machen, was heißt Angular und React und natürlich Vue. Das heißt, diese drei wird es weiterhin geben. Sie sind alle drei, haben ihre Daseinsberechtigung. Ich werde hier auf dem Channel niemals sagen, welches davon am besten ist, weil eine Aussage dazu zu treffen, funktioniert, denke ich nicht. Es gibt einfach nur die Aussage, manche eignen sich für bestimmte Projekte besser als andere. Grundsätzlich bin ich persönlich ein Riesenfan von Angular, deswegen wird es auch in Zukunft hier weiter Angular-Tutorials geben. Allerdings habe ich jetzt auch ein kleines Projekt mit Vue umgesetzt und dazu wird es deswegen auch ein Video geben in der Zukunft zu React nicht, weil ich von React einfach persönlich von dem Aufbau kein Fan bin. Ich finde es irgendwie schwer zu lernen, ich finde es unübersichtlich ohne Ende. Deswegen unterstütze ich persönlich Angular, aber eins dieser drei Frameworks sollte jeder Frontend-Entwickler mindestens zu, ich sage mal, 100% verstehen, weil es ist einfach essentiell und man kommt nicht mehr drum rum. Die Infrastruktur vieler großer Seiten basiert zu 100% auf diesen JavaScript-Frameworks, also das Frontend natürlich, das Bankend nicht, aber das Frontend basiert auf diesem Framework und man muss diese lernen, um in Zukunft dabei zu bleiben, weil jetzt gerade ist es so, dass es einfach Standard ist. In zehn Jahren ist es so, dass es immer noch da sein wird, weil alles, was heute neu ist, in zehn Jahren einfach noch gewartet werden muss. Allerdings hat sich das Framework bis dahin nicht wirklich verändert, was heißt, jeder, der gerade startet, der gerade dabei ist, in diese ganze Branche einzutauchen, guckt euch das an, lernt es. Es wird euch viel weiter bringen als alles, was ihr sonst machen könnt aktuell, vor allem, wenn ihr im Frontend unterwegs sein werdet. So, der nächste Trend, der sich vielleicht in 2020 immer mehr durchsetzen wird, sind sogenannte Web Components. Sie bieten im Prinzip eine native Möglichkeit, einfach CSS und HTML und JavaScript in kleine, in sich geschlossene Container zu verpacken und die in verschiedenen Projekten zu verwenden. Das Ganze ist ziemlich cool, sehr, sehr mächtig. Ihr könnt damit viel, viel Zeit sparen und sehr coole Sachen bauen. Wir werden dazu auch definitiv das ein oder andere oder eine ganze Reihe, ich bin noch nicht ganz sicher, Videos dazu machen, was heißt, es ist wirklich cool. Ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Diese Seite ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, was heißt, da könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Es ist einfach mehr oder weniger das Konzept von Atomic Design im Frontend, also in der Entwicklung gelebt. Was Atomic Design ist, habe ich vor einigen Monaten einem Video erklärt. Das heißt, man bricht einfach ein Design immer weiter runter, bis man wiederkehrende Elemente hat, sogenannte Atoms. Und diese werden prinzipiell einfach in Web Components gespeichert, um sie in verschiedenen Projekten und verschiedenen Anwendungen immer wieder verwenden zu können, ohne sie neu zu bauen müssen. Oder auch, dass man sie leicht erwarten kann. Was heißt, Web Components ist im Prinzip das Frontend des Atomic Designs, was es im UI Design ist. Das heißt, ich persönlich kann es nur empfehlen, man baut es sozusagen automatisch, wenn man eins der großen drei JavaScript Frameworks nutzt. Und ich denke, es wird sich auch in Zukunft immer weiter durchsetzen. Und ich hoffe sehr, sehr bald ein gängiger Standard im Web sein in allen Projekten, weil es einfach so viel Zeit sparen kann. So, jetzt kommt nochmal ein ziemlich cooler Design-Trend und zwar Asymmetrie bzw. CSS Grids. Ich habe ja vor einigen Jahren schon mal ein Video zu CSS Grid gemacht, als es noch relativ neu war. Es ist leider immer noch nicht so richtig gut unterstützt, wie ihr hier seht. Was heißt, in der gängigen Version ist es mittlerweile drin, aber beispielsweise in älteren Versionen ist es leider noch nicht vorhanden. Mittlerweile würde ich behaupten, dass man es relativ gut einsetzen kann, vor allem wenn man ein neues Produkt baut, was nicht explizit so etwas wie den Internet Explorer unterstützen muss. Kann man es, denke ich, ganz gut verwenden und sich auch mittlerweile ein bisschen darauf verlassen. Ihr müsst euch aber im Hinterkopf behalten, dass die User nicht immer 100% alles sehen, was heißt, gegebenenfalls müsste man ein Fallback bauen. Aber was bedeutet dieses asymmetrische Layout? Lange Zeit waren Webdesigner daran gebunden, sehr durchgehende diese Raster-Layouts zu setzen. Was heißt, man hatte seine Spalten, man hatte seine drei Spalten und so etwas und ich musste die irgendwie befüllen. Und es war auch lange Zeit so, dass man alles so in sich geschlossene Boxen hatte, vor allem mit dem Flat-Design und so etwas. Und diese Asymmetrie hebt es auf. Ihr seht ja hier schon, dass so gut wie jede Box sich in irgendeiner Form überlappt. Diese Schrift überlappt das Bild, hier unten überschlappt das Logo das Bild, hier drüben ist auch eine Überlappung. Und ich habe hier einfach kein durchgehend stringentes Design, sondern ich habe hier, wenn ich jetzt auch mal durch die Seite durchnavigiere, Asymmetrie. Das ist halt nicht überall gleich, was heißt, ich sehe hier unterschiedliche Punkte. Ich kann jetzt hier durchscrollen und ihr seht schon, ich habe hier an der Seite irgendwie Text. Ich habe hier zwei verschiedene Farben. Es ist halt nicht alles 100% gleich, sondern es ist alles so ein bisschen asymmetrisch, ein bisschen durcheinander als vorher. Ich persönlich finde es ziemlich cool, dieser ganze Trend. Und vor allem finde ich, man sieht mal etwas Neues. Man sieht mal etwas, was man nicht immer sieht. Und ich finde auch, man muss sich jetzt mal den Ruck geben als Designer und mal Layouts produzieren, die ein bisschen unkonventionell sind. Einfach mal ein bisschen was Neues herstellen, was man vielleicht vorher noch nicht so gesehen hat, weil man immer dieses typische Raster-Layout hat. Man hat immer dieses typische, ich habe hier meine Box, hier meinen Header, hier meine Sidebar, hier irgendein Fenster mit einem Projekt und einfach mal da rausgehen und sagen, warum mache ich nicht einfach mal das Menü ganz woanders hin. Grid gibt uns dazu die Möglichkeit, das auch technisch umsetzen zu können. Dazu wird es auch in Zukunft noch ein Video geben. Aber schreibt doch mal in die Videokommentare, ob ihr Bock hättet, mal so ein Layout, also wirklich ein komplett asymmetrisches Layout, wo sich alles überlappt und ein bisschen durcheinander ist, einfach mal umzusetzen. Das heißt, einfach mal technisch hinzugehen, wie bauen wir das? Schreibt das mal in die Videokommentare, mich würde das sehr interessieren. Und ansonsten, ja, gehen wir weiter zum nächsten Trend. Ein weiterer Trend im Design, aber nicht nur im UI-Design, sind 3D-Grafiken. Ihr seht hier was, wenn ich einfach mal 3D bei Tribble eingebe, dann sieht man einfach mal, wie das Ganze aussieht. Es wird immer mehr dieses kleine Gummi-3D, zum Beispiel so etwas hier, wo einfach so 3D-Grafiken sind. Man geht immer mehr in die Richtung von zum Beispiel solchen Grafiken und all diese Geschichten werden immer komplexer. Oder das hier finde ich auch ein richtig cooles Projekt. Das Ganze wird also immer plastischer. Wir gehen weg von diesem 3D, von diesem ganz platten Material Design Layout, sondern es geht immer mehr in die Richtung 3D. Wir wollen Tiefe. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass auch AR immer mehr kommt. Was heißt, wir brauchen Layouts, die auch beispielsweise in AR funktionieren. AR und VR geben uns halt diese neue Tiefe, die wir nutzen können als Designer, unsere Projekte umzusetzen. Und ich denke, das ist so ein bisschen mit die Auslösung gewesen dafür, dass es kommt. Ich persönlich finde richtig gut gemachte 3D-Grafiken riesenvoll, also wirklich cool. Allerdings gibt es auch ein bisschen komische Trends, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Und zwar kommt auch immer mehr so eine Art, ja, nicht wirklich ordentliche Illustration. Was ich damit meine, ist so ein Projekt hier zum Beispiel, wo ich scrolle und man hat hier so ein bisschen dieses Paper-like, übereinandergelegte Layer mit sehr abstrakten Mustern und Formen und alles. Es gibt viele, die dieses Layout sehr, sehr schön finden. Ich persönlich bin von so Mustern und so nicht so der richtige Fan, muss ich ehrlich sagen. Es hat seine Daseinsberechtigung. Ich bin jetzt nicht ein Fan. Es ist ein Riesentrend. Es kommt immer mehr, wenn man sich auf den Seiten umsieht, wenn man sich im Web umsieht. Was heißt, ihr könnt hier mal unten in die Videokommentare schreiben, was ihr über dieses Layout denkt. Persönlich muss ich sagen, würde ich doch lieber einfach so eine Grafik auf meiner Webseite haben als so etwas hier. Aber das muss, denke ich, im letzten Moment jeder selbst wissen. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, sagt Hallo, stellt eure Fragen. Ansonsten, wenn ihr diese Channel etwas supporten wollt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung auch einen Link zu Amazon Affiliate oder zu Patron, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder.